Begrüßt mit mir auf das Herzlichste den Bürgermeister der Stadt Bad Feinwalde, Herr Ralf Lehmann, Jubel! Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Toll, dass ihr hier die deutsch-polnischen Festtage des Wintersports mit uns gestaltet. Bardzo serdecznie witamy, Pan Burmistrz wita nas tutaj w Bad Feinwalde, młodzież z Polski, z Morynia i Zielina. Im Takt, jawohl weiter, das machen wir jetzt eine halbe Stunde. Und wieder runter, und ein bisschen Happelmann, Happelmann. Ja, super, ihr macht alle mit. Wenn ihr Spaß habt wollt, macht mit, Hände nach vorne. Macht mit, wenn ihr gewinnen wollt. Macht mit, zusammen, denn wir heut in Zermon. Zusammen haben wir ganz viel Spaß. Zusammen zum Olympia-Ast. Zusammen schaffen wir die Norm. Zusammen, zusammen, ganz enorm in Form. Zusammen haben wir mächtig rein. Zusammen wollen wir die Champions sein. Zusammen sind wir eine Nacht. Zusammen wird viel Spaß gelacht. Und alle macht mit, wenn ihr viel Spaß habt wollt. Eins, zwei, drei. Macht mit, wenn ihr viel Spaß habt wollt. Macht mit, wenn ihr ne Party wollt. Macht mit, denn wir gewinnen wollt. Macht mit, denn wir heut in Zermon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Musik Ja, ihr seid oben. Bescheiden holen und der nächste. So, alle hierbleiben. Wenn ihr oben macht, machen wir daraus ein bisschen ein Wettkaffee weg, oder? Lass uns jetzt erst anschauen, wenn wir kommen. Musik Und man hat eigentlich nur lachende Gesichter geschaut. Und das ist gut so. Wisst ihr warum? Dann freuen sich nämlich alle, die diesen Tag vorbereitet haben. Musik 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 Musik